So, ich bin's wieder bei Benecht. Eine neue Runde im Simulationsaufbau, ja Weifelspiel. Ja, wie sieht's aus? Es ist langsam etwas kritisch, kaum noch Nahrung. Und ja, Werkzeuge fehlen auch. Sieht nicht wirklich gut aus. Ja, aber mal abwarten und hoffen, dass sie immer uns wieder hier auf das Schnell erholen. Die Werkzeugproduktion muss genauso hoch gehen. Ja, wenn er keins hat, kann er wohl nichts produzieren, oder? Ja, ich weiß nicht. Man, man, man. Kein Wunder, dass er nix wird. Wenn die immer dort zurückgeschafft werden. Ja, das ist 40. Mann, Mann, Mann. Ist doch klar, dass nix wird. Oh, oh, kein Blacksmith mehr. Ist doch aber gerade keiner gestorben. Hm. Mein Wender weg. Hm, Trader weg. Blacksmith. Pecan. Bin ich ja gespannt. Bin ich ja echt 44, wenn immer weniger. Was ist denn jetzt los? Die sterben alle. Zu alt oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Gatherer, Fisherman, Hunter, Woodcutter, Forcer, Herbalist, Plexis, Brow, ein Puerfeldwender, Trader, Miner, Stonecutter, Teacher Physiken. Hm, 44. Jetzt müssen wir mal langsam hoffen, dass es so bleibt. Ja, Wohnhäuser hab ich genug. Ja, Wohnhäuser hab ich genug. Ja, Wohnhäuser hab ich genug. Nahrung, ja. Ich weiß. 72. Hä, ist klar, dass die bald sterben. Alter, 75 und 76 Jahre alt. Ich bin im Jahr 12. Warum sind die schon so alt? Waren die schon 50 oder was? Ist doch scheiße. Äh. Fuck ey. Wir müssen ja Nachwuchs gebären. Nahrung dürfte eigentlich wieder langsam funktionieren. Ja, aber clever. Super. Fuh, tja, ja, 183 geht auch wieder voran. Hier haben wir noch nix. Hier haben wir schon alles. Tja. Tunnel, na gut. Ja, eigentlich hab ich schon alles fast gemacht. Keine Ahnung was ich auch machen könnte. Ist ja schon das Endgame oder was? Kann da nicht sein. Kann da nicht sein? Die haben Hunger! Ulda! Leute! Oh, 48令ts. Wie heißt? Farmer! Was kratzen die wieder hier alle ab, ey? Ich könnte ausrasten, echt. Oh, Herr Binde ist noch mal vier Sterne. Nicht gut. Wahrscheinlich, weil es kein Bier gibt. So. Na, Winter muss weg hier, ey. Winter stört mich. Weg mit dem, bitte! Alter, mit der Nahrung, das sieht überhaupt nicht gut aus. Fuck. Was mache ich nur mit der Nahrung? 46. Jetzt sterben die, die die alt sind noch. Boah, scheiße. Die Lager sind auch leer. Obwohl 24 Tuhl ist. Oh Gott, wie der Hunger. Der nächste Tod unterfriert gleich. Das war so klar. Zunächst den Lehrer gestorben. Oh, nee. Und der Bilder. Scheiße. Tja, was ist jetzt mein Krisenmanagement? Das ist kein Zapf. Das ist kein Zapf. Okay. Äh. Wallencard. Bilder haben wir einen, Farmer 6, Slender 2, Stonecutter, Stonecutter ein weniger. Und ein Problem mit der Nahrung, oh oh oh, ich glaube meine Siedlung geht zugrunde. Oh, da kommt. Alter, weg damit. Zeit langsam machen, so, was hat er denn? Scheiße. Kann ich mir nicht leisten. 2.500. 40 Samen, ah, das wäre schon cool gewesen, fuck. Der Stein ist relativ viel wert. 7. 10. Alles Scheiße. jetzt sterben sie mir alle weg fisch kann das nicht sein ich meine ist die Ernte im Herbst glaube ich meistens oder? ja ich hab 150 Nahrungen, ich denke jetzt machen wir 50 und trotzdem die kratzen jetzt alle ab nacheinander ich glaube meine Siedlung stirbt jetzt aus gucken ob ich die noch mal retten kann ich bin jetzt echt gespannt es ist zum Katzen ehrlich es sterben die echt alle nur 38 fuck hunger ist noch der grad nix direkt nix alter ist grad voll das Massensterben voll das Massensterben jetzt muss aber die Darung da langsam mal wieder reichen wenn so viele gestorben sind verstehe das nicht ach man könnte mich auch verringern ja sterben alle weiter Stormcutter ja ja mann der nächste gestorben tut mir leid ich habe hier keine Welthungerhilfe oder Brot für die Welt Organisation die mir helfen aber jetzt geht die Nahrung ich muss jetzt weiter steigen dass jetzt äh ich wenigstens stabil bleibt mit den mit den Leuten hier ja fah lebera null bilder panda 1 von 3 1 von 1 1 von 4 1 von 2 1 von 1 2 von 12 2 von 6 und teacher ok Physikian ok ja gut das geht so erstmal jetzt wir müssen halt jetzt hier mal hoffen dass es hier vorangeht jetzt wieder Winter wir müssen das ein Frühjahrwinters nicht gut für die Ernte nicht gut für die Ernte nicht gut für die Ernte schnell noch die Kirschen pflücken alles doof es fehlte gerade noch ein harter Winter aber 800 jetzt bei Nahrung drin das müsste jetzt den Winter über eigentlich erstmal reichen meines Erachtens nach ja dass wir wieder den Grundstock habe hier die Zivilisation wieder nach vorne zu bringen man fahren aber auch mal ein Geschmäher einen fahren wir noch ja mit der 500 Nahrung ist ok ups saurische Tasse fuh des loads 158 300 ja geht doch geht doch ja also ich denke ich habe es kurz überstanden habe zwar etliche Einwohner verloren also weil kurzzeitiges Massensterben hier angesagt vielleicht mal den Friedhof langsam ja und ich glaube jetzt werde ich das Spiel erstmal beenden für heute zumindest und dann mal gucken wie man die 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 zust Ja die Bomben werden schon grün und es liegt noch Schnee oder? Ah jetzt. Ja ja. Food is low. Ah vielleicht ist jetzt mal Pekan mit dran. Ja Firewood. Gut. Ja wichtig ist Food. Es bleibt echt unten. Naja gut. Ich bin mal gespannt wie es dann so. Ach Tadam. Entschuldigung. Wie es dann so weiter läuft. Das war erstmal eine Runde. Jetzt ist wieder bisschen hoch gegangen das Essen. Eine Runde. Wenn nicht. Und ja eine. Eine richtig schlechte Runde für mein Dorf. Also. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.